Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Roblox, Leute. Ich weiß, ich habe lange nicht mehr geüploadet, aber ich werde ab jetzt wieder uploaden. Und heute spiele ich einmal Gun Game PvP. Oder ich glaube, so heißt das Spiel. Auf jeden Fall. Was man hier machen kann ist, ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt, deswegen bin ich hier ziemlich krass drin. Auf jeden Fall. Man muss hier so die anderen Leute angreifen. Es gibt so Charaktere. Ja, hier so Kits. Ja, das ist ein bisschen von Bad Wars kopiert, aber hier kann man Sachen kriegen und so. Ja, auf jeden Fall. Dann hier, ich habe Assassin Kit und ja, auf jeden Fall kann ich jetzt hier rausgehen und den zum Beispiel angreifen. Okay, der hat ein Schild. Okay, der hat ein Schild. Ich sollte wieder reingehen. Ich glaube, ich gehe mal so auf die, die nicht so guten Loot haben. Ja, hier so. Hallo. Ja, okay. Die Team. Ja, die Team. Die Teamen. Okay. Ich bin unsichtbar schon mal. Ja, okay. Also man kann mich schon ein bisschen sehen. So. Zack. Zack, 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 zack. Hier, komm her. Okay. Okay, dieses KB. Oh mein Gott. Ja, der soll mal gegen mich kämpfen. Ich habe ziemlich krasse Pink Spikes, deswegen ist es nicht so leicht. Okay. Ich mache mich mal unsichtbar. Ich gehe hier rauf. Ja, ja, ja. Okay, ich habe ein paar Kills. Ich habe ein paar Kills. Zack. Zack, zack, zack. Und. Ja, habe ihn. Zack, dann auf den hier. Hier gehe ich einfach auf jeden mal drauf. Zack. Ja, okay. Okay. Warte. Hier. Unsichtbar, unsichtbar. Jetzt gehe ich ganz schnell hier drauf. Zack. Hier. Auf die alle gehen. Okay. Ja, okay. Das war schon ein krasser Kampf gerade. Okay, let's go. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auf ihn. Also das PvP-System ist nicht so toll. Es laggt hier auch von den Servern zu mich. Aber das dauert halt gefühlt eine Stunde, bis man mal einen gekillt hat. Ja. 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 Und der wurde mir geklaut, mein Kill. Ja, okay. Ich werde von jedem gesnipet. Also, ich würde sagen, ich gehe mal hin. Nee, hier gibt es nichts zu sehen. Warum macht er das dann? Ja, okay. Zack. Komm her. Zack. Komm her. Komm her. Oh mein Gott, man kann die stunnen damit. Die werden dadurch gestunnt. Also, das ist, was es macht. Stunt. Ach nee, doch nicht. Keine Ahnung dann. So, ich hau mal ab. Zack. Ich hab ihn schon mal. Er wurde mir aber geklaut. Zack. Hier. Zack, raus. Und wieder Kill snipen. Dann Kill snipen. Kill snipen. Zack, unsichtbar machen. Oder es ging nicht, aber... Zack, wieder diese Aura. Und für mehr Damage oder was auch immer ist, ne? Also, wir haben jetzt schon ein paar Levels hier geholt. Und... Zack, zack, zack. Zack. Hier, bam. Und jetzt... Zack. Und ich gehe ganz schnell in die Sauna. Also, wir können ja mal hier in die Lobby. Hier. T-E. Oh, okay. Okay, plus ein Level pro Minute, hier. Ja, also das ist schon mal sehr cool. Also, hier gibt's Group Rewards, ein Lucky Wheel. Okay. Auf jeden Fall, was ich hier irgendwo gesehen hab. Hier. Und wenn man hier darauf geht. Unlock. Da braucht man Top 250 in der Welt. Und mit 12 Kills bin ich Platz 13.000. Für Platz 50 braucht man 300. Und Top 1. 1.700. Leute, wenn ihr wollt, dass ich das mache, dann lasst jetzt ein Abo und ein Like da. Und dann könnte ich wirklich mal probieren. Hier, das hier zu kriegen für euch, Leute. Hier gibt's auch Killfix und alles. Ich würde sagen, wir holen uns mal ein. Zack. Okay. Zeig mal her. Okay. Okay. Das sieht schon mal cool aus. Da würde ich sagen, rüsten wir das hier direkt aus. Und ja, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich das hier probiere, hier, äh, das hier zu kriegen, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich probiere, auf das Leaderboard zu kommen, dann lasst jetzt ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.